Ex-Monrose-Sängerin und mittlerweile Spielerfrau von Mesut Özil Mandy Capristo postet auf Facebook ein Foto vom ersten Videoclip-Dreh aus dem Jahr 2001. Die Fans sind sich einig. Süß. Auch ihre ehemalige Monrose-Kollegin Baha versorgte gestern ihre Facebook-Community mit Fotos. Aber mit aktuellen aus Hamburg von der Ernstings Family Modenschau im Atlantik. Hier verdächtig strahlend an der Seite vom Ex-Bachelor Jan Kralitschka. Jana Ina Zarella und Freundin Monika Ivankan werden die Ernstings Family Mode präsentieren und sind sich nicht sicher, ob das gegenseitige Styling gut geht. Wenig später schreibt Monika zu diesem Stupid-Girls-Foto, Jana Ina und ich haben Spaß, aber Becky mag wohl ihren Pony nicht. Und dabei war Rebecca Mier bei diesem Schnappschuss noch ganz optimistisch. Wer schön sein will, muss leiden, schrieb sie tapfer dazu. Jana Ina Zarella hatte auch nach getaner Arbeit noch Spaß. Und zwar mit Pommes und Dschungel und Freundin Marisa. Und Eva Pattberg schwört auf diese Kindercreme für spröde Lippen und trockene Haut. In diesem Sinne, bis zum nächsten Update. Auf Wiedersehen!